In der Permakultur ist es sehr wichtig, sich an der Natur zu orientieren. Von daher ist halt nackter Boden ziemlich altmodisch und immer mal Leute orientieren sich hier schon an der Natur und gucken, dass der Boden bedeckt ist. Selbstverständlich machen wir das nicht aus Jux und Tollerei, sondern das hat sehr gute Gründe, warum die Leute ihren Boden bedecken mit organischem Material. Ich bekomme auch hin und wieder von euch Nachrichten, was man am besten als Mulchmaterial nutzen sollte, wie dick, welche Vor- und Nachteile das Ganze hat, worauf man eigentlich achten sollte. Von daher dachte ich mir einfach, nehme ich jetzt ein etwas größeres und längeres Video auf, wo ich dir die Vor- und Nachteile erkläre und die einzelnen Mulchmaterialien, die du nutzen kannst, um deinen Boden zu bedecken. Hier auch wieder mit den Vor- und Nachteilen und eventuellen Kombinationen, die sich hier lohnen könnten, um den Boden zum Beispiel besser aufbauen zu können. Vorteile des Mulchens Aufgrund der Tatsache, dass du organisches Material nutzt, um deinen Boden zu bedecken, gibst du auch dem Bodenleben Futter, die Mikroben, die ganzen Regenwürmer. Und die tun dann nach und nach dieses organische Material wieder in einem natürlichen Kreislauf in Erde umwandeln, in Humus. Also das heißt, du tust dann über die Jahre hinweg hier einen schönen Humusboden aufbauen und ein weiterer Vorteil, wenn du jetzt zum Beispiel auch die Pflanzen wachsen lässt. Und weil das Bodenleben ziemlich aktiv ist mit der Kombination von dem Bewuchs von den Pflanzen, wo dann auch die Wurzeln von dem Bodenleben auch irgendwann umgesetzt werden kann, sorgst du auch dafür, dass dein Boden tiefgründig locker wird und du mit der Zeit dann auch immer weniger umgraben musst oder deinen Boden auflockern musst, weil er schon von Grund auf schön fluffig und locker ist, weil du halt hier die Pflanzen und die Mikroorganismen für dich arbeiten lässt. Dieser Punkt dürfte sehr interessant bei unseren trockenen Sommern sein, weil bei einem bedeckten Boden knallt die Sonne auch nicht einfach auf den nackten Boden drauf, genauso wie der Wind hier für eine Austrocknung sagt. Das heißt, du tust hier ziemlich viel Wasser sparen, Wasser, welches deinen Pflanzen zur Verfügung steht und nicht einfach verdunstet. So eine Wüste wollen wir ja nicht erzeugen. Durch die kleinen Arbeiter, die Mikroben, die das organische Material auch nach und nach zersetzen, tun sie auch hier die Nährstoffe für deine Pflanzen verfügbar halten und dann hast du auch hier einen Langzeitdünger für deine Pflanze und nach und nach musst du dir auch keinen mehr zukaufen, sondern achtest einfach nur darauf, dass du halt die richtige Kombination vom organischen Material hast, damit sich dein Boden sozusagen selbst düngt und du einen natürlichen Kreislauf hast und deine Pflanzen trotzdem kräftig und vital wachsen. Theoretisch gesehen bräuchst du auch keinen separaten Kompost, kannst du hier Fläche sparen, wenn du nicht allzu viel Platz hast, um hier vielleicht andere Beete anzulegen oder etwas anderes hinzustellen und einfach einen Flächenkompost zu machen. Das heißt, dass deine Gartenreste, deine Küchenreste, die du halt normalerweise auf den Kompost werfen würdest, einfach hier bei deinen Beeten zum Mulchen nutzt, dass dir halt gleich die Pflanzen davon profitieren. Selbstverständlich auch hier ein bisschen mitdenken und nicht einfach meinen, okay, man braucht keinen Kompost und ich schmeiße jetzt den ganzen frischen Hühnermist einfach zu meinen Pflanzen, dann wirst du dann auch sehen, was du dann bekommst, denn höchstwahrscheinlich werden die ganzen Pflanzenwurzeln abbrennen und deine Pflanzen eingehen. Das Mulchmaterial dient auch als eine sehr gute Isolationsschicht. Vor allem im Winter schützt du so deinen Boden vor Frösten und der Boden bleibt auch ein bisschen länger im Winter auch wärmer, wo dann auch die Regenwürmer arbeiten können. Und im Sommer wirkt das Mulchmaterial natürlich kühlend, weil halt die Sonne nicht einfach direkt draufknallen kann. Und ich rede hier jetzt von Temperaturen von, sagen wir mal, 40, 50 Grad, wenn mal, sagen wir mal, 35 Grad im Juli ist und die Sonne knallt auf einen nackten Boden drauf, dann kann es da schon ziemlich warm werden. Und diese Isolationsschicht sorgt auch dafür, dass Beikraut nicht ganz so stark durchkommt. Das heißt, du hast hier weniger Arbeit und weil sich dein Boden natürlich auch tiefgründig aufbaut und die Erde ziemlich locker ist, bedeutet das auch, dass wenn mal Beikraut kommt, du es ganz einfach mit der Zeit auch entfernen kannst. Die Nachteile vom Mulchen. Ja, es gibt auch Nachteile, wenn man mulcht. Die überwiegen aber nicht die Vorteile und einige sind meiner Meinung nach erst in den Anfangsstadium sichtbar, weil hier so ein Umbauprozess dann stattfindet und mit der Zeit würden auch diese Probleme verschwinden. Also ein Problem ist zum Beispiel, dass sich halt unter dem Mulchmaterial die Schnecken verstecken können und dann direkt an den Pflanzen dran sind. Das ist dann bei vielen die Befürchtung, dass halt dann die Schnecken die Pflanzen einfach leichter anknabbern können und dann sofort alles schubs ist. Hier müsste man einfach gucken, dass man kräftige Pflanzen schon an der Voranzucht dann bekommt oder bei der Direktaussaat. Und da ist auch hier wieder ein wichtiger Punkt, dass man einen fruchtbaren Boden aufbaut, damit man hier kräftige Pflanzen hat. Und wenn man halt jetzt am Anfang mit der Permakultur beginnt, fängt man ja erstmal mit dem Bodenaufbauen an. Und die Schnecken helfen ja sozusagen einen guten Hummus aufzubauen, indem sie halt mit ihrem Dung, was dann hinten rauskommt, wenn sie deine Pflanzen fressen, den fruchtbaren Boden mit aufarbeiten. Und die Schnecken dienen ja als Polizei der Natur sozusagen. Die selektieren die schwachen Pflanzen aus, damit sie halt hier einen guten Boden aufbauen können. Die tun ein bisschen das Ungleichgewicht ausgleichen. Deshalb kann es von Vorteil sein, das Mulchmaterial wegzuziehen, um dann seine Pflanzen in die Beete reinzusetzen und den Schnecken es ein bisschen schwieriger macht, dass sie halt direkt an die Pflanzen dann rankommen und sich gleich verstecken können. Und im Frühjahr ist es dann auch so, dass halt man so erreicht, wenn man das Mulchmaterial wegzieht, dass der Boden sich schneller aufwärmt. Und dann kann man hier seine Aussaaten machen und die würden dann auch schneller keimen oder die Pflanzen würden dann auch besser wachsen, weil der Boden schon eher warm ist. So, und die letzten beiden Nachteile kann man ziemlich gut meiden. Da jetzt danach folgen, gehen wir die einzelnen organischen Materialien durch mit ihren Vor- und Nachteilen. Und zwar, wenn du halt ungünstig mulchst oder zu viele oder zum Beispiel zu viel Graschnitt machst, dann könnte sich auch ziemlich schnell Schimmel bilden. Also da ein bisschen aufpassen. Genauso wie, dass du das richtige Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis auch beim Mulchen erreichen solltest. Das bedeutet hier einen schönen, guten, humusreichen Bodenaufbau. Das ist das gleiche wie bei dem Kompost. Genau wie beim Kompost ist auch beim Mulchmaterial die Vielfalt entscheidend. Gehen wir jetzt nach und nach verschiedenes organisches Material durch, klären hier die Vor- und Nachteile und wie du es am besten in deinem Garten umsetzen kannst. Vom Rasenmäher oder auch von der Sense. Graschnitt fällt bei den meisten Gärtnern und das unabhängig davon, ob das jetzt ein Gemüsegarten ist oder ganz normaler, ich sag mal Kulturgarten, wo man halt hier eine schöne Wiese unter anderem hat. Da bekomme ich zum Beispiel sehr viel Rasenschnitt von meinen Nachbarn. Bring es mir einfach rüber, wenn sie da zum Beispiel im Sommer jede Woche mit ihrem Rasen mähen. Meine Nachbarn und ich sind da ziemlich dicke dabei, weil sie meistens dann immer einen Kompost aus Graschnitt angelegt haben und da ist dann das Problem, dass der Rasenschnitt dann ziemlich eng wird, keine Luft da reinkommt, ziemlich heiß wird und anfängt zu schimmeln. Ist kein wirklich schöner Kompost und ich kann halt einen Rasenschnitt dann nutzen, um meine Beete auch damit zu mulchen. Ist ein grünes Material, grüne Komponente, fördert das zum Beispiel das Wachstum der Pflanzen im Jungpflanzen-Stadium. Also für meine Nachbarn mehr eine Last, für mich eine sehr wertvolle Ressource. Bei diesem feinen Graschnitt, vor allem wenn er frisch gemäht ist, mulch ich vielleicht bis zu einem Zentimeter über meine Beete hinweg, lasse das dann gut antrocknen und mulch dann vielleicht da nochmal drauf einen Zentimeter. Ich versuche, dass die Schicht nicht ganz so dick ist, weil es ja dann hier auch die Tendenz kommt, dass es ziemlich stark schimmelt. Ich nutze halt gerne in Kombination mit anderen organischem Material, zum Beispiel im Herbst mit sehr viel Laub oder auch mit Holzhackschnitzel, wo dann die Kohlenstoffkomponente mit der Stickstoffkomponente ziemlich gut synergieren und ich dann auch vielleicht gemischt mit dem Holzhack ein bisschen mehr Graschnitt reinnehmen kann. Was du auch machen kannst, wenn du zum Beispiel zu viel Graschnitt bei dir anfällst und du kannst auch damit bei dir im Garten nicht mehr richtig mulchen, ohne die Gefahr zu haben, dass es schimmelt, kannst du auch ein Graspokashi machen. Das heißt, du nimmst einfach ein großes Fass, stopfst da hier wie Sauerkraut das ganze Graschnitt rein, nimmst effektive Mikroorganismen, füllst das ganze Fass auch voll, kippst dann ein bisschen die Mikroorganismen rein und lässt es dann hier für vier bis sechs Wochen fermentieren. Hast dann später einen sehr guten Dünger, den du auch dann etwas dicker auch ausbringen kannst, weil hier die Milchsäurebakterien guten Konkurrenten zu den Schimmelbakterien haben und das dann auch schon so weit umgesetzt ist, dass der Schimmel da wenig Anlauf hat, um das umzusetzen. Also genau wie bei Sauerkraut eigentlich. Es kann auch immer mal wieder vorkommen, dass ich in dem Graschnitt nicht nur Rasen drin hatte, sondern auch Samen von anderen Wildkräutern und auch Wurzeln zum Beispiel von der Brennnessel. Also da auch mal ein bisschen gucken. Ich tue ungern nur Graschnitt auf meinen nackten Boden drauf, meistens kommt der Graschnitt auf irgendwelche andere Materialien drauf, wie zum Beispiel Laub oder die Holzhäckse, damit da diese Rasensamen von verschiedenen Wildpflanzen zum Beispiel nicht ganz so durchkommen und dann sich hier zum Beispiel bei mir aussamen, kann man halt schnell rauszupfen. Kein Problem, aber bei Brennnesseln, wenn man da nicht aufpasst, dann können die sich halt wieder ziemlich stark verbreiten, vor allem über die Wurzeln. Es gibt viele verschiedene Wege, seinen Graschnitt jetzt herzustellen. Viele nutzen ein Rasenmäher und da ist halt der Nachteil, dass das Mähwerk ziemlich schnell durchläuft. Und auch hier viele Tiere und Insekten da eingesogen werden, durch den ganzen Apparat mit Sack und Zug und sowas auch dann drauf gehen können. Und nicht nur Insekten sind davon betroffen, sondern auch Reptilien, wie zum Beispiel Schlangen oder Echsen. Weiterer Nachteil ist, dass auch die Samen von Pflanzen mit eingezogen werden und dann auch von der Stelle weggebracht werden. Das ist halt vor allem ein großer Nachteil, wenn du jetzt eine Wildblumenwiese anlegen möchtest. Du möchtest ja die Samen vor Ort haben, damit die Blumenwiese sich immer wieder selbst auch Sack hinten in den Auffangssack wegmachen. Oder du machst es halt gleich und nimmst eventuell eine Elektrosense oder bist ein bisschen sportlicher und nimmst eine Handsense. Bei den Handsensen gibt es unterschiedliche Modelle, welche die halt für einen Rasen geeignet sind, die Klingen, oder die für mehr holziges Material zuständig sind. Da muss man ein bisschen schauen, wie die Klingen ausgeprägt sind. Da musst du halt einfach mal ein bisschen die Beschreibungen durchlesen, wenn du dir zum Beispiel eine Sense kaufst, welche Klinge du dir jetzt genau holen möchtest. Besonderer Vorteil, wenn du jetzt mit der Hand sensen möchtest, dass halt hier die Insekten und auch die Tiere genug Zeit haben, um halt sich in Sicherheit zu bringen. Wenn du die Möglichkeit hast, die Wildblumenwiese im Frühjahr zu mähen, dann tue es bitte dort, denn dann haben die Insekten und Tiere wenigstens über den Winter hinweg einen Rückzugsort. Ein solcher Rasen-Schnitt von der Sense, der ein bisschen gröber ist, da kannst du auch ein bisschen mehr mulchen. Stroh. Hast du das Glück, dass du eine ältere Scheune hast oder jemand in die bei Kleinanzeigen ausschreibt, dass noch Stroh von der alten Scheune zu verschenken ist? Dann kannst du dich auch glücklich schätzen, weil Stroh auch ein wertvolles Material für den Garten sein kann. Vielleicht musst du schon einen Kartoffelturm draus bauen oder auch hier einfach um deinen Boden gut abzumulchen. Es gab auch mal Zeiten, wo Stroh sehr gerne als Baumaterial benutzt wurde. Der Vorteil vom Stroh ist, dass es schon bereits ein trockenes Material ist, was auch ziemlich luftig ist. Da fehlt auch hier mehr die Stickstoffkomponente, wo du auch hier eine schöne Kombination eventuell mit dem feinen Grasschnitt machen kannst. Wie beim Kompost, gröberes Material mit feinerem Material vermischen und auch hier auf das Kohlenstock-Stickstoff-Verhältnis achten. Denn den stickstoffhaltigen Anteil benötigen die Bakterien als Antrieb, um unter anderem die Kohlenstoffanteile zersetzen zu können. Wichtig beim Stroh ist, dass es aus dem ökologischen Anbau kommt, beziehungsweise es sollte einfach unbehandelt sein. Denn da werden auch gerne Mittelchen draufgespritzt, die du vielleicht nicht unbedingt in deinem Garten haben möchtest, die auch das Pflanzenwachstum bei dir dann hemmen könnten. Mäh, wo laufen die ganzen Schlafschafe rum? Wertvolle Ressource für unseren Garten und auch neuerdings habe ich eine Firma oder ein Unternehmen auch gefunden, die aus Schafswolle Kleidung herstellen. Finde ich eine klasse Idee. Und nein, ich werde nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Für den Garten ist Schafswolle auch eine sehr wertvolle Ressource zum Mulchen. Schafswolle hat einen hohen Stickstoffanteil und einen guten pH-Wert, den man auch dafür nutzen kann, um seinen sauren Boden etwas ausgleichen zu können. Zusätzlich kann die Schafswolle ziemlich gut Wasser speichern. Und wenn sie nicht ganz so oft nass geworden ist, dann hat die Schnecke auch ein bisschen die Probleme, über die Oberfläche von der Schafswolle rüber zu kommen. Das heißt, du hast hier einen guten Schneckenschutz in den Anfängen. Schafswolle, hohes Stickstoffanteil, kannst du auch hier wieder gut kombinieren mit Holzhackschnitzel für den Kohlenstoffanteil und auch dann später zum Ansiedeln von Pilzen. Denn jetzt besprechen wir mal die Holzhackschnitzel. Für mich sind sie einer der wertvollsten Bestandteile in meinem Garten, weil die so dermaßen viele Vorteile haben. Und ich kann sie auch ganz einfach selbst herstellen. Dann nehme ich einfach mal Astrückschnitte, größer, kleiner, auch von meinen Nachbarn oder auch vom ganzen Dorf hier kann man bei mir mal vorbeibringen. Und häcksel die einfach durch. Ich habe hier einen groben Walzenhäcksler. Da gibt es auch größere Maschinen, kosten natürlich auch mehrere tausend Euro dann, die auch etwas feinere Woodchips machen können, die dann auch ziemlich gut zum Mulchen genutzt werden können. Meine sind ein bisschen gröber, kann man auch dennoch gut zum Mulchen nutzen. Je feiner, desto mehr Oberfläche, desto schneller werden sie auch umgesetzt und zersetzt und können sich auch hier mehr Bakterien und Pilze ansiedeln. Beim gröberen habe ich vielleicht einen besseren Langzeitdüngereffekt. Das Holzsack hat einen höheren Kohlenstoffanteil und gibt halt hier der Erde die Struktur. Speichert sehr gutes Wasser, gibt hier auch Langzeitdüngereffekte. Ich siedle auch hier Pilze an, die halt hier mit der Zersetzung beschäftigt sind, aber auch dann später in Symbiose mit den Pflanzen gehen. Die Mykorrhiza-Pilze zum Beispiel erweitern hier die Wurzeln von den Pflanzen, damit die halt besser an andere Nährstoffe rankommen können. In tieferen Schichten genauso zu dem Wasser. Dadurch auch ich kräftigere Pflanzen habe. Mischen tue ich sehr gerne das Holzsack mit Küchenreste, Graschnitt oder gröbere Gartenreste. Um halt hier die Stickstoffkomponente zu haben, kannst du es auch mit Schafswolle machen oder vielleicht ein bisschen mit Mist arbeiten. Neben den Beeten kannst du es auch dafür nutzen, um deine Wege damit auszulegen. Dann sind sie vielleicht beim verregneten Sommer oder nassen Frühjahr, Herbst, Winter, Boden nicht so matschig. Hast dann einen schönen Untergrund, wo du deine Schuhe nicht so oft sauber machen musst. Und es gibt auch eine Methode, nennt sich die Blübter-Verfahren, wo du, wenn du jetzt zum Beispiel Hühnerhalter bist, dass du halt hier als Einstreu Holzhack nutzt und das dann halt über ein Jahr, glaube ich, war das, wo ich mal gehört habe, dass du den Streu nicht austauschen musst, sondern einfach da die Hühner ihr Geschäft machen lässt und dann nach einem Jahr eben dann den Stall ausmistest und neue Holzhackschnitzel da reintust. Mit dem Hühner misst, mit dem hohen Stickstoffanteil und dem Holzhack mit den Kohlenstoffkomponenten hast du auch dadurch ein gutes Verhältnis, wo das alles besser umgesetzt werden kann. Ich nutze sehr gerne ein Gemisch von verschiedenen Bäumen, aber überwiegend ist es halt meist von Laub- oder Obstbäumen, von Walnuss oder Eichen. Da mische ich es auch ziemlich gut, dass an einer Stelle wegen den Gerbsäuren nicht zu viel da ist, um halt meinen Pflanzenworkstum eventuell zu hemmen. Rindenmulch. Der Rindenmulch kommt in sehr vielen Gärten zum Einsatz. So, da könnte es passieren, wenn der Rindenmulch ausschließlich von Nadelbäumen abstammt, dass der Boden dann vielleicht mehr ins Säuerliche tendiert. Hier schaust du am besten wieder auf die Mischung und die Qualität. Es ist halt so, dass der Rindenmulch dann von Wäldern oder Forsten abstand, wo halt der Boden ziemlich sauer ist. Bei solchen Bodenbedingungen kann es sein, dass es sich Cadmium löst. Dieses chemische Element kann dann von den Kiefern oder auch von den Fichten über die Wurzeln aufgenommen werden und in die Rinde eingelagert. Von daher kann es dann passieren, dass der Rindenmulch so eine übermäßige Cadmiumbelastung eventuell hat und die dann an deinem Boden weitergegeben wird. Wenn dein Rindenmulch überwiegend von Nadelbäumen kommt, dann kannst du den Rindenmulch nutzen, um Pflanzen anzubauen, die mehr an säurenhaltigen Böden präferieren, zum Beispiel Heidelbeeren. Aber dennoch immer ein bisschen gucken auf die Qualität und dann auch später auf die Mischung von der Rinde. Vielleicht darauf achten, dass es halt nicht nur Nadelbäume sind und dann vielleicht nochmal eine gute Mischung von stückstoffhaltigen Komponenten mit reingeben, dass sich halt hier ein schöner Boden mit aufbaut. Laub Viele unterschätzen das gelbbbunte Gold, weil es halt für die meisten einfach lästig ist, schaut unschön im Garten aus. Obwohl es eine wertvolle Ressource für den Humusaufbau ist und für die Förderung der Artenvielfalt. Zum Beispiel der gute Igel, der auch das Laub dafür nutzen kann, um seinen eigenen Bau wintertauglich zu machen. Unter anderem verkriechen sich auch in einem Laubhaufen sehr viele Insekten und Kleintiere. Und das Laub im Beet, eine schöne warme Isolationsschicht und ein Humusförderer. Nutz halt überwiegend das Laub von Obstbäumen oder auch von Laubbäumen. Wenn du dann solches Laub nutzt, wie zum Beispiel von Walnussbäumen oder auch von Eicheln, achte halt hier auf ein gutes Mischverhältnis. Nicht zu viel an einer Stelle reinsetzen, aufgrund der ganzen Gerbsäure, die eventuell das Pflanzenwachstum hemmen könnten. Mach da hier ein gutes Verhältnis oder wenn du nur ganz viel Laub hast, mach vielleicht einen Berkeley-Kompost, einen extra Kompost dafür ansetzen und lass den halt einfach ein paar Monate, Jahre liegen, dass der sich dann von alleine zersetzt. Du kannst ihn dann später als halbfertigen oder fertigen Kompost dann für deine Pflanzenanzucht nutzen oder einfach in deine Beete mit reingeben. Am besten mischst du noch in den Kompost anderes Laub mit rein, Graschnitt, Mist, Pflanzenkohle, damit hier auch eine schöne Vielfalt gewährleistet ist. Ich nutze sehr gerne Laub als Mulchmaterial, je nachdem wie anfällt, so gut 5 bis 10 cm. Kann auch mal passieren, dass das noch viel mehr wird, tut dann aber, wenn ich dann Sachen aussehe oder auspflanze, das überschüssige Laub wegziehen, damit dann der Boden frei ist und die Pflanzen dann doch nicht auf so einer hohen Laubwand dann gegenüber wachsen müssen. Das überschüssige Laub kommt dann an Stellen, wo es nicht stört, in irgendeiner Ecke oder auf den Kompost. Mist. Und wenn du Mist als Komponente zum Mulchen mit benutzt, dann gibt es da einige Sachen zu beachten. Die Tierart, das Futter, Alter, Geschlecht, Medikamentzugabe oder auch Entwurmung. Diese Faktoren beeinflussen unter anderem die Qualität des Mistes. Man kann Tiermist in zwei Kategorien einteilen. In kalten Mist, zum Beispiel von Hühnern, Hasen und Meerschweinchen und in wärmeren Mist, unter anderem von Kuhfladen und Pferdemist. Gehen wir die einzelnen Tiere durch. Pferdemist. Pferdemist wird sehr gerne in Gärten als Dünger benutzt. Allerdings sollte er nicht frisch sein, schon eine gewisse Zeit abgelegen sein. Mindestens 6 Monate bis 1 Jahr. Tendenz mehr zum Richtung des 1 Jahres. Natürlich gibt es hier auch einige Anwendungsbeispiele, wo es sich vielleicht lohnt, etwas frischeren Mist zu nutzen, weil dieser bei der Zertsetzung einiges an Wärme abstrahlt. Und da kannst du es zum Beispiel machen, wenn du ein Hochbild hast, dass du das ein bisschen ausräumst, mit dem unteren Teil den Ferdemist reinsetzt, damit du halt ein schönes, warmes Frühbild hast, damit du vielleicht hier schon eine frühere Aussaat machen kannst und Kälteperioden besser überbrücken kannst. Nichtsdestotrotz solltest du dir auch bewusst sein, dass durch den Pferdemist auch einige Tiere, Insekten und Kleinstiergewesen auch mitkommen können. So kannst du zum Beispiel Möhrenfliege, Zwiebelfliege oder auch Drahtwürmer anlocken, die ja deine Knollen beschädigen können. Darunter zählt auch die Kartoffel. Natürlich kannst du auch diese Schädlinge umgehen, indem du halt viel auf Mischkultur setzt und im Allgemeinen halt mehr einen natürlichen Garten hast. Besonders aufpassen solltest du mit der Menge und dem Zeitpunkt des Ausbringen vom Mist, weil über den Herbst und Winter kann es dann sein, dass aufgrund der vermehrten Regenmengen und auch durch den Schnee das Wasser halt die Nitrate, andere Nährstoffe aus dem Boden ausschwemmen und die eventuell dann vielleicht auch ins Grundwasser gelangen könnten. Hier ist dann das Problem, dass meist über den Winter keine Pflanzen auf den Beeten wachsen, ist bei den meisten ziemlich kahl und die können dann die Nitrate, die Nährstoffe und das Leben im Allgemeinen vielleicht nicht an sich binden. Kaninchenmist Kaninchenmist hat all die Vorteile von Pferdemist mit deutlichen Pluspunkten. Dieser muss nicht abgelagert oder vorkompostiert werden, damit man den nutzen kann. Dieser wird ja meist stark mit Einstreu vermischt, vielleicht mit Stroh und den kann man halt dann direkt unter anderem in seine Beete dann nutzen. So, kleineres Tier kann man halt den ganzen Mist und den Einstreu besser handhaben und der Mist stinkt auch nicht so stark. Zumal mit dem Einstreu und den kleineren Mengen als bei einem Pferd man den Mist viel besser und gezielter auf seinen Beeten einarbeiten kann. Hühnermist Hühnermist wird aufgrund seiner hohen Nährstoffkonzentration als sehr scharf bezeichnet, die halt dann bei großen Mengen auch deine Pflanzenwurzeln beschädigen können. Das ist unter anderem ein wesentlicher Grund, warum man hier besonders auf die Menge aufpassen sollte und den Hühnermist auch für eine längere Zeit ablagern sollte. Also mein Vater empfiehlt halt immer so zwei bis drei Jahre lang warten. Marianne Scheu-Helgert, Leiterin der Bayerischen Gartenakademie, empfiehlt folgendes. An frischem, puren Hühnermist sollte man pro Jahr maximal 300 Gramm pro Quadratmeter ausbringen. Es lohnt sich sogar, diese Menge hin und wieder in einer Schale abzuwiegen. So entwickle man ein Gespür dafür, wie viel 300 Kilo überhaupt sind. Rindermist Das Nährstoffverhältnis bei Rinderdung ist ziemlich ausgeglichen und auch niedriger als bei anderen Düngemitteln, wodurch auch eine Überdüngung mit Rindermist im Garten ziemlich schwer ist und deshalb auch seine Beete damit schonend düngen kann. Der sehr wertvolle, hohe pflanzliche Anteil von gut 40 bis 60 Prozent im Dung fördert auch zusätzlich noch die Humusaufbereitung und verbessert dauerhaft die Bodenstruktur. Wird gekörnter Rinderdung im Garten genutzt, dann gilt folgende Faustregel 100 Gramm auf 1 Quadratmeter. Also du merkst schon, bei den verschiedenen Mistarten und deren Empfehlungsangaben, wie viel du auf dem Beet pro Quadratmeter ausbringen solltest, eigentlich hat der Mist nicht als alleiniges Mulchmaterial, da würdest du dann wahrscheinlich mehr deine Pflanzenschaden, eine Überdüngung sorgen. Zumal, wenn du Tiere hältst, ja der Mist meistens mit irgendeinem Einstreuenmaterial mit dabei ist, vielleicht mit Stroh, Holzspäne habe ich auch schon bei meinem Nachbarn bei seinen Wachteln gesehen oder auch feine Holzchips. Das heißt, der Mist ist halt nur eine kleine Komponente in deinem Dauerhumus, den du halt mit vielen anderen organischem Material mischt, um halt hier einen schönen Boden mit aufzubauen. Hast du halt große Menge Mist, dann würde ich halt hier einen separaten Kompost mit anlegen, aufbauen und den halt dann nach ein, zwei Jahren auf deine Beete drauf machen. Pflanzenteile. Jeder, der einen Garten hat, wird diese Tätigkeit schon gemacht haben, und zwar das Zupfen von Beikraut. Außer du greifst gleich auf die Chemiekeule oder nutzt irgendwie so einen Bunsenbrenner und brennst die ganzen Sachen weg. Aber das machen meistens die Leute nur bei Wegesränder. Ja, aber die Welt ist ja so vielseitig, da gibt es bestimmt alles. Das hat bestimmt schon jemand in seinem Garten gemacht. Nichtsdestotrotz sind da die meisten mit einem Eimer bewaffnet. Da kommt dann das ganze unliebsame Kraut rein. Wenn man Glück hat und die Leute auch den Platz haben, werfen sie es auf den Kompost. Wenn sie die Samen überhaupt nicht haben wollen im Garten, dann kommt dann meist das ganze in den Biomüll oder beziehungsweise auch in den Restmüll. Das muss nicht alles sein. Zupfe einfach das Beikraut raus und lass es einfach an der Oberfläche ausdrücken und liegen, damit halt hier der Nährstoffkreislauf geschlossen ist. Sofern halt dann die Pflanzen etwas fortgeschrittener sind mit der Samenbildung, klar kannst du dann die vereinzelten Samen nehmen und dann halt separat wegmachen, damit halt du vielleicht nicht möchtest, dass halt dann die Samen sich selber aussehen und die Pflanze sich so weiter verbreitet. Eine besondere Pflanze möchte ich hier ansprechen und zwar der Beinwell. Die Pflanze hat auch sehr viele Vorzüge. Sie wird auch gerne als Nährstoffpumpe bezeichnet, hat große Pfahlwurzeln und bringt somit die Nährstoffe von unten nach oben, zum Beispiel in die Blätter. Schneiden wir hier dann die Blätter ab und mulchen dann damit. Dann bringen wir halt hier die Nährstoffe wieder an die Oberfläche für unsere anderen Pflanzen, die wir halt kultivieren möchten. Auch ein Vorteil ist, dass halt die Blätter dunkler sind. Das heißt, die wärmen sich auch viel schneller durch die Sonne auf und das heißt, dass ihr auch hier zusätzlich Wärme für unsere Pflanzen zur Verfügung steht. Ein sehr kurzes, knackiges Video zum Beinwell habe ich auch schon gemacht, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt oder hier oben beim i. So, weil wir gerade beim Beinwell und beim Zupfen und das organische Material liegen lassen, das müssen wir nicht unbedingt machen. Es gibt auch Pflanzen, die haben Bodendeckerfunktion. Dazu gehören auch die Kürbisgewächse, Gurke, Melone, Kürbis, die Süßkartoffel oder auch die Vogelmiere, die ja durch ihren Bewuchs größere Flächen abdecken und den Boden halt hier vor den Einflüssen vor Sonne und Wind schützen können. Lebendmulch ist besonders wichtig im Winter. Das heißt, wir schauen, dass auch im Winter unser Boden bewachsen ist. Da nutze ich zum Beispiel gerne Felssalat oder auch Kohlgewächse, wie zum Beispiel den Grünkohl, weil dann auch diese Pflanzen dafür sorgen, dass halt dann der Boden einerseits bedeckt bleibt, vor allem wenn man jetzt hier auf Vogelmiere zum Beispiel setzt, weil es auch ein Wildkraut ist oder auch mit dem Felssalat, weil die Pflanzen ja auch bewachsen sind, die werden auch eine gewisse Zeit vielleicht Photosynthese machen und auch hier im Winter vielleicht weniger, dann Zucker auch bilden, aber auch damit die Pilze im Boden versorgen können. Wunderbare winterharte Gründungspflanze ist auch zum Beispiel die Phacelia, Küchenreste. Die Küchenreste hier im Haus landen in zwei verschiedenen Weisen wieder zurück in den Garten. Einmal der Bokashi, wo ich dann auch gekochte Sachen, Fleisch und Knochen und sowas mit fermentieren kann. Das ist halt hier so eine Art Vorkompostierung. Video habe ich auch schon dazu gemacht, auch wieder unten verlinkt. Und Küchenreste, die man auch so einfach in den Kompost werfen könnte, werfe ich einfach bei mir in die Beete mit rein. Zum Beispiel der Trester von meinem Saft oder die Gurkenschalen oder sonst was ich halt esse. Ich bin veganer Rohköstler. So, das sehen einige als zweischneidiges Schwert an, weil die frischen Küchenreste natürlich auch mehr Schnecken anlocken können und die ja dann auch direkt zu meinen Pflanzen gebracht werden und haben halt dann die Leute die Befürchtung, dass dann die Schnecken sich auch an die Pflanzen vergehen. Das kann am Anfang gut möglich sein, aber nach meinen Erfahrungen über die Jahre hinweg, wo ich halt hier auch meinen Boden aufbaue, ist genau das Gegenteil der Fall. So, die Schnecken unterstützen mich sogar. Sie lassen ab von meinen Pflanzen, die ja dann, wenn ich sie frisch raussetze, dann genug Zeit haben, ihre Wurzeln zu festigen, zu bilden und dann auch kräftig zu werden, wodurch dann die Schnecken weniger Interessen an meiner Pflanze haben. Und weil sie halt die Küchenreste gleich vor Ort zersetzen, umsetzen, kompostieren, bauen sie halt gleich schön Humusboden mit auf, wodurch hat meine Pflanze auch wieder mit profitiert. Nur würde ich an einer Stelle nicht ganz so viel Obst auf einmal hinwerfen, weil du dann zum Beispiel sehr viele Fruchtfliegen anlocken kannst, wobei da auch die Hornisse für sehr viel Abhilfe schaffen kann und es sehr interessant ist, die zu beobachten, wie die auf die Jagd geht. Abbaubares Unkrautvlies und Bändchengewebe. Zum Abschluss schauen wir uns noch etwas den Profi-Gemüseanbau an. Da kommt auch sehr gerne Bändchengewebe oder auch Unkrautvlies zum Einsatz. Mein Lehrer nutzt zum Beispiel ein abbaubares Bändchengewebe. Kannst du dir halt wie ein großes schwarzes Vlies vorstellen, wo dann Löcher für die Pflanzen drin sind und er halt damit gewährleistet, dass halt kein Beikraut kommt und er sich halt so einerseits Zeit spart, die Pflanzen auch gut wachsen können, die Folie sich auch aufwärmt, das heißt Wärme kommt und das Pflanzenwachstum dadurch verbessert wird und halt unter der Folie es auch immer ein bisschen feucht ist, wo halt das Pflanzenwachstum auch hier gefördert wird, weil er halt mehr Wasser zur Verfügung hat für die Pflanzen, weniger verdunstet da und er muss auch weniger gießen. Solche Sachen machen natürlich Sinn, um Zeit zu sparen, vor allem wenn du halt einen großen Acker hast. Da wird es halt ein bisschen schwer, das nötige organische Material irgendwie herzubekommen, wenn du jetzt zum Beispiel meine Anbaufläche von 5000 Quadratmeter bis zu einem Hektar hast und versuchst den halt mit. Er hat mir auch erzählt, dass besonders die wärmeliebenden Pflanzen davon sehr gut profitiert haben. Die Melonen und die Zucchini sind da sehr gut gewachsen. Soweit ich im Internet recherchiert habe, gibt es auch Folien, die luftdurchlässig sind, damit auch hier Sauerstoff an den Boden rankommen kann. Und es gibt sowohl biologisch abbaubare, als auch welche, die aus Plastik gemacht sind. Langes Video, herzlichen Glückwunsch, wenn du es bis hierher durchgehalten hast. Du weißt jetzt noch mehr über das Thema Mulchen, einer der wesentlichen Bestandteile eines Permakulturgartens und mit der Komponente wirst du auch Schritt für Schritt zu einem faulen bzw. zu einem effizienten Gärtner, wo du auch hier immer Zeit sparen kannst für unnötige Arbeiten, aber dennoch einen guten Ertrag machen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen, auch für die ganze Wertschätzung mit der Arbeit hier drinnen. Und wenn du noch nicht genug hast, dann kannst du hier noch diese beiden spannenden Videos anschauen. In diesem Sinne, viel Erfolg bei dir im Garten und eine reiche Ernte.